Jo, 2013, 24.12 Uhr, heute ist Heiligabend, was geht, was geht, wir stehen auch kurz davor in den Startlöchern. Weihnachten, ja, wieso feiern wir das überhaupt, Tony? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht wegen dieses Geburtstag? Hm, ja, vielleicht. Wegen den Geschenken, oder? Ach, die gibt's über das ganze Jahr, Alter. Hä? Äh, wegen der Familie, das ist es! Fast, mein Sohn, fast. Wieso wir Weihnachten feiern? Und ich schätze mal, am Ende des Jahres sind wir wieder alle miteinander lieb. Wieso? Damit wir ohne schlechtes Gewissen nächstes Jahr uns wieder voll an die Gurgel gehen können. Ach, was du nicht sagst. Scheiß, wie wir von vorne sind. Wenn ihr ein paar Ideen hättet, könntet ihr ja kommentieren über das Video, aber trotzdem zeigen wir euch noch ein paar Sachen, wie wir Weihnachten feiern. Denn die finale Frage ist für uns und euch, was ist für euch Weihnachten? Wir haben ein paar Ideen sein. Seht zu. So, das war jetzt das Scheiß-Hintro, ich mach kein Neugens. Weihnachten ist ... Liebe! Ja! Weihnachten ist ... Yes, it's Christmas, I gave you my ... Mach den Scheiß aus! Weihnachten ist ... Weihnachten ist ... Voll cool. Bunte Lichter! Ist wieder ein Weihnachtsbaum! Weihnachten ist ... Naja ... Weihnachtraan! Weihnachten ist ... 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 Ok, Klappe, was sind nur 6 gewesen? Ja, 7 Jetzt kommt 7 oder was? Ja Klappe, 7, Klappe Die Puzzle muss ich aber auch kein Ding Klappe, 7, ja vielleicht am Ende Klappe, 7 Weihnachten ist! Ich will ein ganzes Bild haben Heuer Weihnachten ist! Weihnachten ist! Peinliche fette Typen jedes Jahr in Rot Fette Typen? Peinlich jedes Jahr? Ja Wie ist es ja peinliche fette Typen? Was? Was denn? Was denn? Zeig zu Weihnachten! Zeig 3 Geschenke! Jetzt pass auf Geschenke! Hast du gesagt? Weihnacht Weihnacht Weihnachten ist Werbung Geschenke Weihnacht ist Klappe Hallo? Mhm Ja Pasch! Und wieder eine Amazon-Lieferung! Das war voll schwach nochmal Klappe, die 10. Ne, war das die 10. Ja Klappe, die 10. Ja Okay, nochmal Klappe Okay Moin Badafran Ritiri Ja Nö Die gibt es jeden Dienstag bei Chinesen Schmeckt gut Schmeckt sehr gut Mit dieser Sauersauce Muss ich probieren Oh Oh Tannenbaum Oh Tannenbaum Tannenbaum Nicht Probefeier Die 12. Weihnachten ist Halleluja 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 Wie ist die Beste? Wer ist Julia? Weihnachten ist Ja Ja Ist meine Erdbeutartig Jetzt wird sie wieder zusammen Ist das geschehen Ja Könnt sie wieder Weihnachten zusammenfeuern Ich liebe dich Weihnachten Ich liebe dich auch Paar Ich liebe dich auch Paar Weihnachten ist Weihnachten ist Weihnachten ist Malakas Geh an die Front Okay, warte Ich geh hinweg und mir geht's den Feuerschutz Scheiße Weihnachten ist Ho 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 So bleibt mein Carrera-Bahn Weihnachtsmann Scheiße Ah, er schon wieder Alter Weihnachten ist Weihnachten Weihnachten ist Weihnacht Weihnachten ist ho 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 Jetzt haben wir Weihnachten Mein Pädestor ist Weihnachtsmann Boom